Okay So, jetzt möchte ich das Puzzle Wie funktioniert das? Wo gehören diese Teile hin? Äh Zack Zack Scheiße, der war falsch Ja, schade Äh, zurücksetzen war Ja Der Tanz des Todes Ähm Scheiße Zeigen wir uns unseren frenetischen Verehrern in Tierarten So Ha Ich hab's geschafft Das ist schön Das ist sogar sehr schön Mein Gott, du bist kein Impresario, sondern ein Mörder Der Kopf eines kriminellen Unternehmens Dies ist keine Entweder-Oder-Welt, Alice Und ich habe dir gehorcht Du hast ein paar Botengänge gemacht Drecksarbeit Wahnsinn Die Show wird die Massen amytisieren Schade, dass du sie verpasst Du musst dich um diese Matrosen kümmern Deine Zeit ist gekommen Zeit? Zeit? Die Zeit ist gekommen, über Schiffe zu sprechen Und, äh, und, und Gemüse und das Königshaus Und, und, und Und ob Schweine fliegen können Und so weiter Genug davon, Walross Du jammerst wieder über zu viel Zeit am Strand Dein Geblubber nehme ich zum Frühstück Schäm dich, Zimmermann Du hast es versprochen Ich hatte keine Wahl Man kann nicht immer, wie man möchte Ich dachte, das wüsstest du mittlerweile Ähm, ja, das sollte sie eigentlich Na, super Ich hasse Diese Teile Aua So, und Au Das war schlecht Ja Na super Ja, ich möchte fortfahren Ja, ich weiß eh, ich möchte dort Oh, das ist jetzt nicht so. Oh, oh. Na, komm, gib mir. Oh. Scheiße. Okay. Schnauze. Schnauze, wo bist du? Oh. 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 Oh, ist das vielleicht eine Abkürzung? Oh. 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 Das war für dich da, nicht wahr? So. Da ging es weiter. Ja. So. Oh, was haben wir denn hier unten? Einfach nur. Ein bisschen größeren Scheiß. Oh. mal. Geil. Hört ihr das beim dritten Schlag? Kommt eine Löwengebrülle aus dem Pferd raus. Naja. Was soll's? Gib mir... Ah. Das Pferd wird mir der Zeit richtig, richtig wichtig. Da geht's wieder raus. Stopp, du scheiße, Mann. Ich hasse dich. So. Was macht die da? Schön, dass ihr jetzt alle unten seid. So, dass ich euch einzeln vornehmen kann. Aha. Freund oder Feind? Bitte, Alice. Hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wollen sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Okay. Zoom. Schön Und ich würde... Nein Das war ein Fehler Ja Oh, weg hier Ah, falsche Taste Die Seele Kann ich das Ding abschießen Nein Nein Ich könnte dreimal kotzen Hm Kannst du nicht einfach so springen, wie die Entwickler es vorgesehen haben? Okay, es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass ich saumüde bin jetzt gerade. Aber das möchte ich zumindest noch zu Ende bringen. Und das wäre scheiße, wenn ich das nicht zu Ende bringe. Ja. Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traumha- Genau, genau so, braves Mädchen. So, und ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir mal eine Pause. Oder ich mache Schluss für heute, denn wir haben jetzt inzwischen, ja, 20 nach 2. Samstags, morgens, 20 nach 2. Und, ähm, ich habe genug gespielt für heute. Und ich muss das dann alles erstmal verarbeiten und so weiter und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.